Hi, ich bin Kim und ich bin Adrenalin-Junkie. Adrenalin-Junkie bei DATEV. Ich habe immer neue Ideen. Ich mache immer was Neues. Dafür ist es wichtig, vollkommen frei zu sein. Beim Schritt nach vorne und bei der Arbeit. Als Medientechnologin bei DATEV. Meine Arbeit ist überall zu sehen. Und ich plane jeden neuen Schritt. Work your dream. Euer Christian. resort utilizar. Du kannst im Leben. Du kannst im Leben. Du kannst es wirklich gut machen. Vielen Dank.